Und für manche klingt's wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich geh ja nicht ganz, ich geh ja nicht ganz, ich geh, ich geh, ich geh, ich geh, ich geh ja nicht ganz. Und für manche klingt's wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich geh ja nicht ganz. Und da hab ich mir gedacht, Lieder sagen mehr als tausend Worte. Und für manche klingt's wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich geh ja nicht ganz, ich geh, ich geh, ich geh, ich geh, ich geh, ich geh, ich geh ja nicht ganz. Und für manche klingt's wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich geh ja nicht ganz, ich geh ja nicht ganz. Tanzen hier schon den Bienen-Majer-Tanz. Das reicht nicht, nein, einfach nicht sein. Aber im Großen und Ganzen, aber im Großen und Ganzen, ähm... Tanzen, 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 tanzen hier schon den Bienen-Majer-Tanz. Das reicht nicht, nein, einfach nicht sein. Und für manche klingt's wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich geh ja nicht ganz. Und für manche klingt's wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich geh ja nicht ganz. Pannen, für andere ein Albtraum, sind für ihn eine Herausforderung. Das ist eine total total wunderbare Sendung. Herzlichen Glückwunsch zur demnächst 600. Sendung. Ich bin hier wegen Fußball und ich wegen Ihrem Schwerstein. Entschuldigung, bitte. Ach so, ja, aber machen Sie nichts draus, ne? Und für manche klingt's wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich geh ja nicht ganz. Und für manche klingt's wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich geh ja nicht ganz. Und deswegen, dass es ja eigentlich ist, das ist ja eine versteckte Würdigung. Und wir haben das dann gezeigt bei der darauffolgenden Wetten-Das-Sendung. Ja, war immer so mein, mein, das ist, das ist, das ist eine Gratwanderung. Das ist eine Gratwanderung. Ja, wir haben jemanden in der Leitung. Und für manche klingt's wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich geh ja nicht ganz. Und für manche klingt's wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich geh ja nicht ganz. Zu sagen, Junge, das ist ein solcher Erfolg und das ist genau das Publikum, ja? Ja, also das ist eine katholische Erziehung. Das war ja meine Entscheidung, das war meine persönliche Entscheidung. Das hat aber seine Ordnung. Ich gehe auf Veranstaltungen und schaue mich da einfach so ein bisschen um. Und für manche klingt's wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich geh ja nicht ganz. Erst an dem Abend lüften ist aber dann schon aufgedeckt worden von einer Zeitung. Und für manche klingt's wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich geh ja nicht ganz. Und für manche klingt's wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich geh ja nicht ganz. Dem Fan, den wir uns wünschen, der soll friedlich sein, der soll kritisch sein, ja? Und dann ist auch alles in Ordnung. Sprach- und Sehstörungen. Ganz einfach verlösen. Ich bin sofort, ich sage, eine wunderbare Sendung. Sprach- und Sehstörungen. Ganz einfach verlösen. Ich geh die Sendung gern. Sprach- und Sehstörungen. Ganz einfach verlösen. Und für manche klingt's wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich geh ja nicht ganz. Selbstmordattentate. Selbstmordattentate. Ich geh ja nicht ganz, ich geh ja nicht ganz, ich geh ja nicht ganz. Und für manche klingt's wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich geh ja nicht ganz, ich geh, ich geh, ich geh, ich geh ja nicht ganz. Und für manche klingt's wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich geh ja nicht ganz. Und für manche klingt's wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, wir wissen auch, ob derjenige den ganzen Tag Spaß auf gewissen Seiten hatte. Und für manche klingt es wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich gehe ja nicht ganz. Und für manche klingt es wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich gehe ja nicht ganz. Und für manche klingt es wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich gehe ja nicht ganz. Und für manche klingt es wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich gehe ja nicht ganz. Und für manche klingt es wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich gehe ja nicht ganz. Und für manche klingt es wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich gehe ja nicht ganz. Und für manche klingt es wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich gehe ja nicht ganz. Und für manche klingt es wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich gehe ja nicht. Ich gehe auch nicht ganz. Ich gehe nicht. Ich gehe nicht.